Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MaxWeiles.de. In diesem Video möchte ich euch ein Unboxing der Fritzbox 4020 von AVM zeigen. Die Fritzbox 4020 ist der erste WLAN-Router von AVM, also ohne Modem drinne und kostet nur 59 Euro ohne Vertrag. Ich denke, das sind gute Rahmendaten, um die Fritzbox 4020 mal genauer anzuschauen. Und es gibt insgesamt zwei Videos, einmal Testbericht, einmal ein Unboxing und mit dem Unboxing fangen wir jetzt hier an. Ja, so sieht die Verpackung der AVM Fritzbox 4020 aus. Wir sehen hier auf der Front die Fritzbox abgebildet, hier ein paar technische Daten und wenn wir uns die Rückseite anschauen von der Verpackung, dann sehen wir nochmal die Rückseite von der Fritzbox selbst. Wir sehen, welche Ergänzungen es hier gibt, zum Beispiel einen Powerline-Adapter oder die Fritz-App für Android- und iOS-Geräte, um die Fritzbox zu steuern. Wir sehen hier nochmal detaillierte technische Daten und ja, was alles die Fritzbox 4020 kann. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was alles mitgeliefert wird. Denn dafür ist ein Unboxing ja da. So, machen wir die Fritzbox 4020 mal auf und dann sehen wir hier direkt ein bisschen Papiermaterial. Also hier eine Kurzanleitung. Dann nochmal, welches Zubehör es dafür gibt. Und wir haben hier eine Notizenkarte. Und da wird auch nochmal genau erklärt, wo viel die Tasten da sind und die LEDs. Und wir sehen hier dann direkt auch das Kennwort für das WLAN und natürlich den WLAN-Namen. Auf der Rückseite nochmal kurze Einrichtung. Und hier kann man dann nochmal eintragen, wenn man das WLAN geändert hat, den Namen und den Kennwort-Schlüssel. Dann kann man das hier eintragen und sich entsprechend hier abtrennen. So viel zum Papierkram, sag ich mal. Den legen wir mal beiseite. Und dann haben wir hier auch direkt die AFM Fritzbox 4020. Wie man sieht, die ist kaum größer als meine Hand. Also deutlich kleiner als die Fritzbox-Modelle mitten im integrierten Modem. Aber vom Design her entspricht die Fritzbox 4020 natürlich den ganz normalen, bekannten Fritzbox-Modellen, wie zum Beispiel der Fritzbox 7390 oder 7490. Ja, das ist das Gerät an sich. Schauen wir uns gleich nochmal kurz genauer an. Aber jetzt geht es erstmal zum anderen Zubehör, was noch mitgeliefert wird. Und hier haben wir also ein flaches Netzwerkkabel mit 1,8 Meter Länge. RJ45 und damit kann man zum Beispiel einen Computer anschließen. Das legen wir auch beiseite. Und dann haben wir noch ein Netzteil. Das sehen wir hier. So sieht das aus. Kennt man auch von AFM, sieht immer gleich aus, mehr oder weniger. Und hier mit diesem Netzstecker, der dann eben in die Fritzbox eingesteckt wird. Ansonsten dürfte es das auch schon gewesen sein vom Lieferumfang. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Und ihr seht auch, es ist nichts mehr drin. Daher lege ich die Verpackung einfach mal beiseite. Und lege euch das nochmal so hin, damit ihr seht, was alles im Lieferumfang dabei war. Das Netzwerkkabel, das Netzkabel für den Strom und eben der ganze Papierkram. So sieht der Lieferumfang aus. Und das tue ich jetzt mal gerade weg. Dann können wir uns nochmal die Fritzbox 4020 genauer anschauen. Hier haben wir also integriertes WLAN mit bis zu 450 Mbit, also 3x3 MIMO. Und das war es auch schon, was das WLAN und den Funk angeht. Auf der Front sehen wir hier Lüftungsschlitze, damit das Gerät nicht so heiß wird. Und wir sehen hier eine WLAN-Taste und eine WPS-Taste. Mit der WLAN-Taste kann man das WLAN-Ein- und ausschalten. Und mit der WPS-Taste kann man eben eine schnelle Verschlüsselung auswählen. LEDs haben wir hier für Power, für Internet, für WLAN, für LAN und für Info. Und wenn wir uns die Rückseite anschauen, dann haben wir hier Lüftungsschlitze wieder. Wir haben hier eine Möglichkeit, die Fritzbox zu befestigen. Und wir haben natürlich nochmal jedes Label mit dem WLAN-Namen und dem WLAN-Schlüssel drauf. Am interessantesten ist sicherlich hier die Rückseite. Da haben wir nämlich die vier LAN-Ports. Zum Beispiel kann man da Geräte anschließen, wie Computer oder zum Beispiel eine Playstation oder ein Fernseher. Wir haben den Warnanschluss und hier kommt das Modem dran, da die Fritzbox 4020 ja kein integriertes Modem hat. Der Poweranschluss versteht sich von selbst, hier kommt das Netzteil dran. Hier auf dieser Seite haben wir gar nichts. Und auf dieser Seite, ihr seht, ist ein USB-Anschluss. Hier könnt ihr zum Beispiel LTE- oder USB-Modems, also einen Surfstick anschließen und dann damit den Internet-Zugriff nutzen, wenn ihr zum Beispiel kein DSL- oder Kabelmodem habt, sondern einfach ein Mobilfunkmodem nutzen wollt. Ansonsten kann man dann noch Netzwerkspeicher anschließen, sodass die Fritzbox 4020 eben als Netzwerkspeicher fungiert. Und damit kann man zum Beispiel vom Fernseher dann auf den Speicher zugreifen. Ja, auf der Fritzbox 4020 läuft natürlich FritzOS und dieses FritzOS ist eben das Betriebssystem. Damit wird die Fritzbox 4020 konfiguriert und eingerichtet. Das schauen wir uns aber in einem speziellen Video nochmal genauer an. So viel zum Unboxing, würde ich sagen, der Fritzbox 4020. Wenn ihr schon Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Ansonsten kommt auch in Kürze ein Video zur Fritzbox 4020 Einrichtung und ein genauer Testbericht natürlich mit Erfahrung zum WLAN, zum Beispiel zur Reichweite und das werde ich dann hier oben auch verlinken. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen.